Musik Heute ist natürlich der Tag überhaupt für die Familienunternehmer. Heute wird der Familienunternehmer des Jahres gekürt. Das ist immer besonders schön, weil da gezeigt wird, wie jemand als Vorreiter und Vorbild sein Unternehmen führt und man so mal einen Einblick in unsere Mitglieder- und Familienunternehmen in Hamburg hat. Musik Es ist eine ganz emotionale Veranstaltung, wo wirklich beispielhafte Unternehmer gekürt werden. Heute geht es eigentlich mal ums Feiern. Eine tolle Firma, die wir wiedergefunden haben und einfach wieder neue Leute kennenlernen. Musik Es ist ein sehr bewegender Moment nach über 20 Jahren Unternehmertum, so eine Anerkennung zu bekommen auf so einer Bühne, so viel Wertschätzung und ganz viele langjährige Wegbegleiter, die heute hier sind. Ohne so viele brillante Köpfe und so viele wahnsinnig engagierte Wegbegleiter ginge das gar nicht. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.